Hallo, jetzt ist Michael. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich darüber. Ja, heute geht es um etwas ganz Besonderes, denn es geht einerseits um die Hafentrainings, aber andererseits geht es darum, ich brauche Trainer für diese Hafentrainings. Und vielleicht wäre das ja was für dich. Dabei sind mir folgende Sachen wichtig. Es ist noch nicht so entscheidend, dass du jetzt bereits ein perfekter Trainer bist oder ein perfekter Skipper oder die Hafenmanöver alle perfekt machen kannst. Das kann man alles lernen. Viel wichtiger ist es mir, dass du sozialverträglich bist, dass du sympathisch rüberkommst, dass du Spaß an dem hast, was du da tust, dass also deine Begeisterung rüberkommen kann. Und aus dem Grund habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe ein Trainer-Seminar entwickelt und den Link dazu findest du hier unten in der Beschreibung. Und bei diesem Train-the-Trainer-Seminar kristallisieren sich dann im Nachhinein die zukünftigen Sporello-Skipper heraus. Diese Trainings gehen jeweils nur über einen Tag, entweder samstags oder sonntags. Und bei diesem Training ist es dann so, werden wir all die wichtigen Übungen durchgehen. Und danach können wir dann immer noch entscheiden, möchtest du das dann auf Honorarbasis weitervermitteln, dein Wissen. Und wenn ja, bekommst du selbstverständlich darüber hinaus noch viel, viel mehr Input, sodass man dann wirklich sagen kann, okay, jetzt kann ich es vermitteln. Ja, wenn dir das Spaß machen würde, hier unten ist der Link. Ich würde mich freuen, wenn es klappt und ich würde mich freuen, dich kennenzulernen. Bis dahin, alles Gute, dein Micha. Ciao. Ciao.